also was gehts besseres montag morgen anrufe bekommen heute morgen um 9 uhr halb 9 9 shopcenter läuft alles cnation fernsehen und lecker jetzt gemachte eierbrötchen mit kopfschinken barbecue soße kann man das sehen wie sieht es aus na ja und schmeckt richtig gut kann man machen morgen beim morgen einkaufen ich habe mir letzten zwei beutel tabak gekauft und gold fehlt unserem anderen und probiere ich mal aus bis jetzt noch beide gut